hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von star wars survivor mit mir im jan hier geht zum schiff da oben ist wieder ungerücht aber ich gehe jetzt erst mal zum schiff da ist die mentis so holetisch benutzen wir wollen jetzt hierhin nach jeta fühlt sich bestimmt gut an nach so langer zeit wieder im cockpit zu sein es geht langsam gewöhne ich war noch nie auf jeta fliegen wir zur stadt ich habe gehört sie ist in der wüste mit einigen komischen eremiten untergetaucht den anachoreten ich wünschte sie hätte sich einen lebhafteren kult ausgesucht wir empfangen ein signal von jeta das ist sehr ich habe unseren besuch angemeldet ich lege sie auf den holoprojektor alles klar das soll die holoprojekt oder nicht kalt ist es ist mir eine ehre ja hallo ist sie da wir erwarten sehnsüchtig eurer ankunft jedoch fegt ein staubsturm über unsere position eine landung wäre zu gefährlich für euer schiff wie gelange ich dann zu euch meisterin janda schickt euch eine eskorte zum geleit was sie schickte jemand anderem ich sende die koordinaten des treffpunkts an euren piloten ok hab sie gebt acht wenn ihr das schiff verlasst in der wüste wurden imperiale patrouillen gesichtet die sind mir echt unheimlich ich bin schon sehr gespannt was für einen irren sie dir schickt und das imperium ist auch da ich hatte auf einen schöneren empfang gehofft die sind Hä? Ich dachte, hier kann ich nicht landen. Ich sorge für Grease Sicherheit. Grease Riders braucht keinen Babysitter. Da brauchst du jemanden ein Nickerchen. Pass auf, du! Schön wie der Kopf sich bewegt beim Reden. So, erstmal gucken, ob sie irgendwie entschließt. Sie sieht aber nicht so aus. Suchen wir es hier, der Treffpunkt liegt vor uns. Da liegt aber nichts drauf, oder? Ich muss eh hin. So. So. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten BD. Gut. Und oben angekommen und die Abkürzung hier freischalten. So. Was sagt denn jetzt die Karte? Wir müssen nach da. Da ist der Haupteingang wahrscheinlich. Wenn ich hier runter springe, bin ich bestimmt wieder tot. Lauf aus dem Sand! Was ist das für ein Ding? Wen interessiert das? Lauf um dein Leben, wenn du nicht auf diesem Felden sterben willst! Lieber nicht auf den Sand gehen, okay Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Okay. Wenn ich jetzt hier rein möchte. Da ist wieder irgendein Gegner. Also, los soll ich anfangen! Oh, ja. Oh, ja, das ist schön! Oh, ja. Oh ja, ja. Oh ja... Oh! Oh nein! Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Alter! so scan ja sag mal her so taben ok hier geht es so gar nicht also komme ich hier gerade gar nicht weiter wie das aussieht hier ok also mich oben oben jetzt bin ich hier ich komme ich denn bitte schon nach da oben wahrscheinlich da über den weg oder so von ersten licht brechen wir das lager ab wir haben kaum noch wasser wenn wir keine oase finden erreichen wir die pilger brücke nie sieht aus wie eine schriftrolle wie lange die wohl schon hier liegt ich bin hier ich dachte ich kann es durch loch aber dann ist mir wieder eingefallen dass ich hier nach unten klettern kann ichimpel ich gehe ich gehe ich ich viel ich 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 erstaunt dass ich das beim ersten mal geschafft habe das ist seltsam was ist das denn er will abhauen Schaden innerhalb der Akzeptasen und Parameter. Waffe, alle die hier. Hey, Kumpel, stemm. Nimm das. Hä? WD? Ach du Scheiße. WD. Hierher, WD. André. Sie wollten dein Schlaf. Ich werde heute nicht sterben. Einer für den Schwert. Du hast ja nicht bekommen. Nimm das. Das kommt nicht teuer zu stehen. Schreiber in meiner. Ich... Hilf mir bitte. Macht ihn fertig. Hä? Ich werde dich nicht kaffeln. Alles gut. Ich bin noch krank. Mann. 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 Hallo. Ich. Ganz im Ernst. Ist alles kack hier. Ich bin so krassend. Tut mir leid. Was hältst du davon? Zu schnell. Es ist vorbei. Nimm das. Ab nach oben. So gut wie tot. Ja leck mich doch. Ich hab geblockt. Ich versteh's nicht. Es ist ein Echo der Macht. Aber irgendwie unvollständig. Beschädigt. Und das hat es nicht repariert. Was immer ich getan hab. Es scheint nicht geholfen. Versuch ich es dann auch mal. Mann. 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 Okay. ja klar lustig Zeigte eure Macht! Überraschung! Riecht anfassen! Ich werde dich bluten lassen! Verfolge Feind! Bleib ohne Bind! Stimp! Stimp! Ich werde nicht nach... Riecht so einfach, was? Gestattet! Dein Blut! So... Es geht los! Hat das wehgetan? Alter, ey! BD! Stimm zu mir! Hast du Angst? Ich biese dich auf! Bist du Angst? Jetzt ist es weg! Wir haben es geschafft! Was ist denn hier blockiert? Oh, ich komme nicht da hoch! So! So! Okay! Okay! Hmm... ... 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 da wird irgendwann eine abkürzung sein so das kann man dort fliegt zu dem treffpunkt sie werden vor uns bei css das koffer sein meines erachtens bin ich gesprungen aber das bin ich wohl dann doch nicht das ist eine hand Okay, wie will ich denn jetzt hier lang? Äh? Ei, 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 ei. Hä, wieso kann ich nicht hier springen? So. Alter, ah, noch einer. Hast du was? So, muss ich jetzt da hoch? Glaube ja. So und jetzt kann ich hier diese abkürzungen machen. Das wird ein Spaß, wir gar nicht verspalten. Ich für mein Teil beginne den Tag immer mit einer ausgewogenen und nährsamleichen Meistlein. Vielleicht kann jemand in C.S. Basis was damit anfangen. Da ist schon ein Flammenwerfer dabei. Hä, ist der eine irgendwie festgebunden? Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Das kracht doch ein. Nö. Lass uns hier eine Pause machen. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017